so leute willkommen zur ersten folge von free fantasy und da sind einige leute dabei ich sehe es sag mal hallo 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 moin wo bist du moin 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 ja jetzt las ich euch runter ja jetzt las ich euch runter komm wir runter ey mein Fleisch mein Fleisch ist auch weg ich hab' ich hab' ich hab' okay ey buddy lauf wollen wir jetzt in die Teams gehen ja Mike wir gehen jetzt in die Teams gehen wir sollen zusammenbleiben ich zeig' mal ja okay aber Timo Timo Team 2 switched bei den Jungen zu können alles klar und wird ja bei den Jungen alle Leute und Herzlichkeit die Zeit normalerweise sind auf jeden Fall Timo 1 wie konnten sie sich Nummer 1 seit hier das ist ja ich bin auf jeden Fall Hallo und Herzlichung zu Let's Play Minecraft und zwar machen wir ein Projekt und zwar 3 Fantasy mit anderen YouTuber und ja mit dabei sind wir alle also der Nadim Hallo da sagen kannst du auch weißt du das was ja ich hab' gerade geboxt ja und der Kevin den ich werde schon angegriffen ich werde schon angegriffen Aua das sind wir die Zombie Mike Renn weg Renn jetzt weg hier Mike hast du vorher nicht aufgenommen Hi Pixie Kraft hast du davon nicht aufgenommen was hast du davon nicht aufgenommen was hast du davon nicht aufgenommen wo er die Ankündigung gemacht hat doch habe ich sicher das ist ja alles das ist alles auf Band natürlich ähm wo sagst du eigentlich ich bin wir müssen auf jeden Fall wir müssen auf jeden Fall ich bin immer noch bei den Regeln da ich bin hey siehst du uns da warte mal würde man ich muss zum Eiderkreis ich bin da ich bin da scheiße Alter erster Tod wie viele Tote darf man erzielen hey die machen sich alle Schwerter direkt und töten sich gegenwärtig oder was das sieht so aus aber komm ich mache uns jetzt auch nicht mehr ich mache auch ein Schild warte ich hab' ey ey das ist ja voll scheiße da kommt auch ein ich hab' zombie hat sich gar nicht getan auf jeden Fall um ich würde sagen wir bauen ein Haus auf dem Berg das will ich auf jeden Fall ja ich bin auch dafür aber ich kann auch nicht bin ein harter gegen alter ja ich würde ich greife man schon an mich greift man an 3 gegen 1 Pech ja wo seid ihr man da sind wir da sind da bin ich getötet ich war das echt nicht nachdem ich warte 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 na Junge ich helfe ich helfe dir damit ich bin ich habe ja ich habe ich habe ihn weiter wie sich hier eine Töten ich habe nicht tot schon ja ich habe mich gerettet Alter du Arsch alles klar ist klar danke ey Leute wir treffen uns wieder bei den Regeln bei den Regeln ja aber macht schnell bis hin ach da Mike hier ich habe noch mal jemand getötet ich habe voll viele Schwerter für euch ja ja komm erst mal komm erst mal wir müssen hier weg wir müssen hier weg alles klar hat das Spiel verlassen das ist wirklich das ist ja ich glaube ich bin nicht gestanden hier gibt es am Anfang keine Fahrt Phase allerdings nicht töten keine Ahnung von mich nicht oh ja man ich brauch so was das ist immer gut immergatt 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 wir brauchen erst mal Wolle ich hab schon eine Wolle ich habe auch eine Wolle kriegt aber keine Alter ich gebe euch zu können ich brauche ein Bett kriegt als ich bin ich tot alter der Jonas fragt mich wegen Dings Livestream wir machen heute kann aber heute nicht er heute noch nicht aber wir spielen nächste Woche sondern wieder oh nein oh nein oh nein guck Nephi Paul ich hab auch Fertzverein obwohl er müsste die Sitzleiten ich bin es werden verfahren in der Kars SS bekommen und sterbe auf einmal Nein ich will die Gegner zu Lernst als Erländer oder jeder stirbt hier mehr ich bedauern um ein Bild auf die Flüge abschließt gesehen sie gestorben und ein der seit einer der Wüste eröffnet ich bin selber gestorben ich bin auch wieder darauf wo wir waren er werde gerne mal mit ein Zeug wieder haben ja das ist da immer noch und starte bin ich jünger ich würde ich würde es darf aufnehmen ich bin leichter also brauchst du nicht ja du bist auch bei dem Fall nicht auf Mike weizen zu bitte auch nicht auf ich hab sowas was dann wenn du meinst darauf aufnimmst was so aber ich hab sie nur zu den sichern genommen weil sie genau ins was sie nennen ich hab meine schon Dings auch Gott das hat er nicht gehört doch habe ich das ist weiß auch aufgenommen ja extra wer ist auf jeden Fall im Wasser und nicht auf ich will das nicht wird mir leid aber gewählt hier denn es darf das ist ja ein ich schwere hat heißt das ist das Geld auch ein Junge das sind noch mehr Schwerter Wege das war wie eigentlich ja wir stellen es aber sie weiß Gelächter so verportiert auch unter Wasser älter wasser wo machen wir aber ist eigentlich eine Ahnung ich bin dafür dass wir darüber machen irgendwo voll hier oben auf dem Berg irgendwo der Eilerschef für Verstorben und sieben ist auch so da 6 2 1 also ich bin nicht mehr ein bisschen gestorben was hat es Prozent die Tote ist auch oft genug bei diesen Best-Kontroll wie viel Prozent Tote dürfen wir haben egal ist so wie wie viel einfach und es ist einfach nur ein Best-Kont ja und was hat es für ein Sinn einfach so wir wissen halt dann wie viel mal gestorben ist keine Ahnung auf jeden Fall um die Fälle sie haben haben sie sich um ähnlich wie dort was er und müssen spieler ich will da was hat der Vogel da ist ein anderes Spiel hier kommt mit Domino und stirbt aber das ist mit das ist Prozent weil die Kompläufe ich die Spiele das sind dies oben auf das Prozent da wird ich habe für mich schon mal alles klar alles klar ist richtig für Schafe du bist du ich kann man ja jetzt auf die Zerbauer und jetzt jetzt kommst du meine Feierwolle einfach mein Kopf geht alles klar dann wissen du mir nachdem ich habe keine Ahnung aber es ist ein Fall jetzt noch für jeden als ein von euch beiden noch zwei wollen für mich bitte meh ich bin noch gar nicht drauf das sind für mich ich würde sagen Mike wir gehen hier mal kurz hoch wo die Gegner hm warte mal wo oh Gott hier ist einer bist du irgendwo auf dem Berg oben hier sind voll viele Gegner ja sogar an der Seite von so einem Berg ja Dings geh erstmal auf den Berg oben und wir treffen uns dort ja ich weiß ja nicht einer muss beim Spawn bleiben man bleibt mal beim Spawn irgendwie und durch Waffen und ich weiß gar nicht wo ich gleich gehen muss egal ich sterbe jetzt echt? ok ja egal boah voll in die Aufnahme gerülpst oh ja ja ach Mike ich nehme übrigens jetzt nicht mehr mit Audiosity auf meine Sachen sind der Ohren weil das ist voll scheiße ich nehme mit Audiosity auf dann gehe ich wieder zurück auf äh Portal das ist doof auf jeee hoch das ist eine Höhle da will ich nicht reingehen ja da war ich gerade schon drin aber wo willst du jetzt hin Mike also auf jeden Fall hab ich nö nicht auf den Puff ähm in nicht auf ne aufm Berg ach Kacke wo seid ihr ich bin bei den Regeln ja wir kommen du siehst du es ungleich sehen du bist schon drin? ähm war das klar hä wir bist denn du schon schnell rauf gekommen? er war raufgejoint aber das ist ja weil es bei mir ein bisschen am Längen nicht du nicht du ich meine Kevin ne ich bin in die Zeitlupe ist das normal? keine Ahnung nein eigentlich nicht wow wow cool lol da hab ich dann eh meine Sachen verloren ne kacke brauch was zu essen und ich mach's schon wieder NEEIN hab du gesagt du stirbst noch fand ich lustig aber dieses ist das was ich auch lustig kenne hab ich gesagt auf dem ja bitte bitte ähm oh da kommen Spieler die wollen oh da kommen oh da kommen alle da kommen alle das sind vier Spieler die nehmen grad deinen Staff auf ich kann's nicht machen sorry tut mir leid neee das ist ja richtig asozial Alter da nehmen sie mit Staff auf jetzt kommt wieder so schwule Skelette die Falle wie viele sind da ja natürlich ist es richtig Geld dass wir am 1 2 3 4 5 5 Leute das sind Team 1 lol äh und wer ist es Team 1? Prozent für sie nicht Martin Nadine ich sehe dich die alte Sache wir gefunden da bin ich hinter dir hinter dir oh Gott wartet mal wartet mal ich komme auch wieder zurück alles klar wir treffen uns erst mal alle hier bei den Regeln ja Regeln zurück zu den Regeln ich hab Angst alles klar holen und so ist so wenig Frames Alter ja äh könnte wegen Shaders liegen wenn du es so anders ich hab auch so wenig Shades aber ich hab keine Shader drin das ist das lustige no Server ist einfach nur lahm nö das liegt auch mal in Minecraft Minecraft auf jeden Fall wegen jetzt hat's bei Minecraft aufgehängt ich hab grad extra 3 GB gemacht Kevin rechts von dir seit ich bin da in der Regel hinter dir Mike Skelett wo? oh aber was oder was ist ein Schaf ich weiß nicht das war eigentlich gar nicht Alter Alter die Landschaft hier ist einfach schön ich hol's hier man ja sehr schön komm geh mir auf den Berg hoch würde ich sagen komm komm das ist auch meine Regel stimmt stimmt zu den Regeln erstmal hä Nadine warst du nicht grad eben bei mir? du bist irgendwie weggelaufen wieder nö ich bin gar nicht weggelaufen ich bin schon ich hab jetzt eh wieder weil dieses Glatz ist oh fuck ist einfach nur geil wie die preisläste da hinten ist ein Gegner den fick ich jetzt einfach hör auf bist du Simon oder? der ist preisläste ne ich fick den nicht weil ich so nett bin alter ne die Mann ich fick den aber der ist so ein Typ der ist preisläste der will mich töten wo? höchst du bei mir so ein grüner eben ja warte ich hätt mal zu ihm ich will ihn nicht töten ich bin mal nett heute war hier irgendwo mal nett mal aduka ja preisläste komm lass uns da ist er Simon ich bin der ist hinter dir der hat schon sechs Tote äh Simon ist bei uns er ist born ach so ja ähm ich bin klein mal gestorben okay dann dann komm ich mal wieder du hast ein Enderman 0 er war das nicht so eine gute Idee da oben drauf zu bauen wie so noch rum aber dann garantiert oft sterben ne 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 das ist kein natürlich so eben schon haben es bauen gesehen haben sich doch alles schon gemetzelt ja ja aber ich meine halt ja ja aber man muss ja nicht töten er war das doch herkommt gehen wir weiter oder ist ein Enderman ich gehe weiter will kurz weiter warten wir warten wir hatten wir die Mann hast du ein Schwert das 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 doch noch ein Schwert hatte dann sie einfach meine Staff mitgenommen das tut mir leid ich kann mir nichts machen mhm hast du zugekrüttelt wie was ja was ist es an fünf Spielern mann soll ich mich jetzt gegen die Glocke nein 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 ich habe ja nicht gemeint aber schön dass du zugekrüttelst das einfach so einfach so äh äh Chip-Eitem-Schüler sind sieben Leuten was echt? in den Fall hab ich gesagt sieben guck doch bald her alter äh oh ich denke das tut mir leid das würde ich echt durch die schwerer Schaden und von das wieso schade dass man überhaupt nicht dings zieht wo ich dir du bist so ein Vogel Kevin warum denn eh wer baut mich jetzt ein welche Huren ja ich muss auch gegen die rauskommen ja schön schon beide kräfte Madone ich habe Aber das ist deine Schuld einfach gewesen. Jungs, lass mal hier mal pissen. Ja, Alter. Kevin ist immer so ein Stückchen kurz. Kommt doch rauf, jetzt. Jux. Meine Fresse. Jetzt bau dich raus, Kevin. Alter, ne? Dummes Kind, Alter. Jetzt ist er ruhig. Kevin, du bist ein Fisch, Alter. Ja, ich muss dir sagen. Das kriegst du richtig zurück. Ja, jetzt kommt, wir gehen erst mal weg hier. Boah, ich schreibe dich doch später, ey. Wir müssen erst mal einen Weg finden. Oh, da muss ich keine Schelle ziehen. Da ist einer, da ist einer. Den gehört mir! Den gehört mir! Das ist immer kräftig. Jawohl. Wurde von Dame erschlagen. Und wer hat mir jetzt von euch gegeben, ihr Wechsel? Hey, wo ist Nadim? Hey, lass uns hier rein rein. Das ist weg vom Sporn und alles. Ja, warten wir erst mal noch, Nadim vielleicht? Ich sehe den noch da hinten. Ja, der will dich töten. Den haben mich getötet gerade eben. Der hat mir meine Stings geklaut. Ich wollte nichts tun. Dann muss ich sie töten. Ich wollte echt nichts tun. Los, los, los. Lauf einfach. Laufen wir einfach jetzt. In den Töten. Lauf jetzt einfach hoch. Junge, du und deine Töten. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich kann nicht mehr sprinten. Lass uns einfach gehen, erst mal. Ja, ja. Ich kann nicht mehr sprinten. Lass sie doch mal jetzt. Da oben sind Spieler. Er hat elf. Da oben sind Spieler. Ja, ich weiß, ich siehs. Ja, wir bauen uns aber da hinten. Hab mit mir. Ich suche den Platz. Ne, 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 ne. Wir haben einen schönen Platz oben auf dem Berg, bitte. Ja, ja. Wir gehen hier nur weiter weg. Weißt du, ich will eine ganz schöne Aussicht haben. Ja, Mike. Oh, da, Alter. Guck dieses, guck diesen Berg an. Mach mal hier gleich den. Da sind garantiert welche drauf. Nein. Wie groß ist denn eigentlich die Map-Arater? Die ist bestimmt richtig klein. Ähm, ja, das ist eigentlich eher eine Insel, denke ich. Ist ja gay. Ich hab kein Essen. Hat jemand Essen? Hat jemand Essen? Nein. Mein Fuß ist eingeschlafen. Äh, wieso machen wir nicht gleich hier ein Haus? Kommt dir. Ja, chill doch alles. Leute, mach mal hier das Haus, oder? Nein, ich will oben oben. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nach oben, meine ich auch. Wir gehen nach oben. Bauen wir uns in den Berg hinein, oder? Ja. Nice. Mal, nein, nimm die mit. Was willst du? Nimm die Ding mit. Die Ding. Die Ding. Ja, du warst schon. Oh, hier, das hier ist was, hallo. Oh, geil. Oh, geil. Meinfigur fällt jetzt nicht aufgehängt. Ich sehe es. Hä, wo seid's hier? Geht einfach drüber. Das heißt, die hat sich aufgehangen. Es ist mir so egal, Simon. Ja, ich wollte sich korrigieren. Du will nichts von Grammatik. Mein bester Deutsch, du. du aria alter warst du aria? Junge londes breit gewachsen alter weißt du wie schön es mit dem shader ich bin runtergefallen weißt du wie schön es mit dem shader ist das ist richtig geil weißt du wie schön es mit dem shader ist früher habt ihr ohne shader gehasst ich nicht ich hab shader benutzt ich habe gesagt ich habe gesagt ich kann sich jewel dass wir in arbeitet sehen des Bereiche also er ist Sachsen soll wenigstens benutzen kann ja das ist dass das war morgens als Fetteltees Wigger Entscheidung könnten uns den wenigstens finden M serie тепShop hoch 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 unterريf ich kann es uner боль und das hero Prozent 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 geschlagen weiß ich war vor der Spiele und Simon und das ist ein Schaum Schaum die ganzen da was er vor allem nicht mehr als die Kau ab so hau ab ich will es ja ich war doch was das bisschen reingehst du Weg sei ich wärst du darfst die Zeit mit sich es ist ja nicht so was ist hat die Klappe geben ein Leben keiner von uns klingt jemanden okay der Klappe, Mike. Das ist leider hier. Ich finde, das ist gut. Simon, du hast einen Ton verdient. Einen Ton hast du verdient, Simon. Hast du was zu essen, Simon? Ja, für mich. Ich brauche auch was kurz zu essen, oder ich sterbe. Du stirbst nicht. Doch. Es geht auch nicht. Nein, aber kein Scheiß. Bitz! Ey, ich hab einen Hunger nur noch! Sei nicht so geizig! Ich mag's nicht, wenn du dich anstreitest. Gratisch unter Druck. Oh, Alter, komm bitte! Darauf steht er, Simon. Ich bin nur am Boden, falls es nicht aussieht. Was macht ihr jetzt da? Wollt ihr Däumchen drehen hier? Mal komm dich weiter hoch. Du bist ein Wichser, Kevin! Du bist ein Wichser, Kevin! Hör auf damit! Ohne Spaß! Hey! Hörst du auf! Affe! Dazu willst du mich schlagen! Nein, ich wollte nur so! So, ich dachte, du grad so... Wetter, das ist okay. Kevin, wollen wir uns jetzt vier Dings bauen? Ja, hier irgendwo ein bisschen weiter rein. Boah, ich hab echt nichts... Aber wir müssen erstmal hier hoch, ne? Aber wo sag ich hier? Äh, ganz oben. Mal, du F***er! Komm gar nicht so hoch! Das hat man davon, wenn man mir nichts gibt! Du bist doch ein Wichser, ey! Weißt du das? Hör auf damit! Hör auf damit! Entschuldigt euch da gegenseitig! Ich schwör's dir, Mann! Penner! Boah, Junge, ne? Also, ich bin oben. Nadim, siehst du uns von hier oben? Was? Keine Ahnung, ich ba baum Auer ab. Ach so, das war mein Dings, weil ich Hunger hab. Ja, schau... Alter! Hab doch echt alle geraucht, ne? Ja. Ich bin nicht da! Ihr Sch... Ich backe! Ich backe! Leck mich! Jam, jam, jam! Hm, lecker rotzermund, ne? Was, nö! Aber lecker, dass du von redest! Das ist mir jetzt völlig egal. Ne, ne, völlig klar. Das ist langerufen, das ist auch schön. Ja, scheiß auf den, das ist auch schön. Ja, scheiß auf den, das ist auch schön. Mike, Mike, da oben ist ein Hühner für dich. Ich töte die. Alles klar. Das ist mal ne schöne Aussicht hier. Ja, warte, soll ich dir das Fleisch geben, wir sind das Fleisch. Nein, kannst du dir aufhören zu Ende? Ich brauch deine Hilfe bei mir was. Hier ist das Fleisch hier unten. Ja, erzähl ich dir danach. Ja, mach das ja später, wir machen noch eine Aufnahme. Ja, erzähl, sag Bescheid, wenn es vorbei ist, weil langsam müsste es mal vorbei sein. So, I'm back and busy. Also, ich mach durch. Ah, fick dich. Was machst du durch, Mike? Oh, leid. Drei Stunden aufnehmen und das dann schneiden. Ja, das schneide ich dann. Wollen wir hier oben unser Haus machen? Ja, das hab ich auch gemeint. Also, so. Ja, ich hab das gemeint. B-Welt, wirklich? Ja, okay. Also, dann fangen wir hier schon mal an. Warte doch. Ne, warte mal kurz. Ich will erst mal gucken, was passiert. Was ist das für'n großen Fehler? Ja, was ist das für'n Scheiß hier oben? Es ist überall Schnee, aber die echt bauen. Ich bin scheiße. Nein, Kevin, Kevin. Wirst du machen, wenn wir nicht gleich? Ja, sollen wir jetzt irgendwo anders hingehen? Ja, aber der Schnee ist wirklich scheiße. Oh. Weil hier so Sonne und so. Egal, Mike, mach jetzt auf nochmal am Ende. Warum? Weil ich deine Hilfe kurz bei was brauch. Alles klar. Also, wir sehen uns bei der nächsten Woche. Wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao. Nein, sehen wir uns nicht.